Ich bin Speed. Okay, für den hier spricht ich nicht ein, Freunde, weil der ist einfach. Hallo und herzlich willkommen, ladies and gentlemen, zu einer weiteren Gepflichtenrunde in Let's Play GTA 5 Online. Zusammen mit unserem Gastgeber, Anime-Fan, der aktuell auf seinem Kanal ist, mit dabei ist heute auch Halkas und der gute Game-Story. Hallo, Leute. Hallöchen. Guten Abend, der Herr. Guten Abend. Oh. Oh, yeah. Guck mal, oh, das ist ja schon, uh. Ente gut, alles gut. Ich hoffe es, ich hoffe es. Oh, yeah. Sieht auch irgendwie schon geil aus. Ich habe mal verkackt. Ich glaube, den ersten Checkpoint schaffe ich gerade so. Oh. Hoffentlich es keinem kopiert. Ja, fast zu weit. Nein, 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 nein. Ja. Oh, krass. Oh, was ist die Kopie denn? Wow, was? Aris, ich bin viel geiler. Digga, ich habe endlich den ersten Punkt, ey. Finally. Ja, okay. Okay, Chapeau. Ergibt Sinn. Oh, direkt auf den Emchi drauf. Oh, scheiße. Emchi verkackt. Kacke. Also, es ist ein sehr harte Emchi, wie es aussieht, oder? Mm, es geht, ja. Oh, nein, Kontainer. Wow! Aber nur relativ kostet. Man muss nur einmal wissen, wie man draufkommt. Nein! Da, da, oh, Container. Ja. Ja, der hat doch geschrieben, der ist ein Container-Liebhaber. Ja. Der Dark Neum hat es mit Containern, hat er gesagt. Er geht mit Containern fremd. Oh, ja. Aber regelmäßig. Aber du kannst die Emchi einigermaßen langsam fahren, sogar. Das ist mir aufgefallen, weil die da sehr schräg ist. Ja. Ich komme im Moment halt nur nicht drauf, das ist mein Problem. Nein. Die ist nur da... Aris, jetzt mach auf. Die Emchi ist mir unten noch zu feucht. Oh, was? Ja! Nein, verdammt! Nein. Die Emchi steht echt unten, Freund. Heilige Player 09! Hallo! Aris, was tun wir gegen die feuchte Frau da unten? Äh, keine Ahnung. Endless-Picks verschicken. Nein! Ach, lang, tschau, okay. Aber nur das Special Endless-Pick. Ich blende es euch mal für meine Zuschauer ein. Das da! Ihr wisst mir schon, ich feier das. Die Endless meinst du? Die hab ich auch. Die Endless, ja, die ist super. Du meinst die schwedische? Die Blondinen Endless, ja. Blondinen Endless. Hängt in jeder Werkstatt in irgendein Spind rum. Oh, wow. Ich bin Inga, kommst, wer denn? Ein Container, Freund, ey, Junge. Ich bin langsam... Oh, muss man da... Oh, man muss vollgas am Ende fahren. Ja, moin. Ja, nach dem Container und dann musst du ihn hochziehen. Ich habe auch den Speed erwischt, aber ich bin... Ich hab den Speed raus. Und genau links daneben geknallt. Ihr habt den ist, Punkt. GG, Junge. Das war Bossverlag, was man haben muss bei solchen Sachen, Freunde. Wenn und wie ist es, da kann ich sagen, so lange. Nee, Container. Oh, nein. Ich wusste, ist das ein kleiner Ressack. Ich hab den nächsten Punkt. Speed. Ich bin Speed. Hallo, Schüttel. Ach, da lang. Ich hab den ersten Punkt, hallo. Alter. Nein, Welle, 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 Welle. Fick mir nicht in die Eier. Das ist die perfekte Welle. Oh, bin sicher. Danke dafür. Zuckerblume. Perfekt. Ähm, ich hab verkackt. Erstmal Zuckerblume halten und dann Container verkacken. Oh, pick it up. Ich hab grad den Copy gemacht, Aris. Geil. Hä? No, ja. Dagnio, du bist so ein kleines Arsch. Ja, der hat ja angekündigt, er mag Container, Freunde. Er mag Container. Oh. Fack. Puh, da ist er. Ihr habt den ist, Punkt. Geiler Typ, Mann. Oh, Game Story, ich bin an deinen Eiern. Ich hab auch den nächsten Punkt, Alter! Nein! Oh! 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 Ist das Böse! Hallo, GameStory! Ich häng an ihrem Nussloch! Na klar! Aui! Ich hab gehört, sie mögen das! Läuft! Was war das? Schüsse, Entsche, sieht geil aus! Scheiße! Was? Lohlef, du sagst, hat das Spiel verlassen? Der holst ja einen runter von euch! Wagequits hab ich gehört? Oh! Oh! Was? Wuh! Aris, ich häng an deinen Eiern! Hallo! Wie hieß hier? Speed! Ich bin Speed! Okay! Für den hier spiel ich hier nicht einen, Freunde, weil der ist einfach! Hä? Scheiße! Auf Tickenass! Deine Mama! Du kleiner Drecksack, Dagnio! Alter, was ein Bastard der doch ist! Da hab ich nichts gesagt! Aber es ist gar nicht so... Also, Dagnio, wenn noch so ein Ding kommt, sag ich Aris, also Onion Dog holen! Ist so! Der ist abrufbereit, meine Herrschaft, ne? Da lacht er sich auch gerade kaputt! Ja, moin! Vorhin hast du gekonnt! Ja, jetzt spiel ich dir nicht ein, Leute! Ja! Das ist super einfach! Und alle lachen sich gerade kaputt! Ich hab das bei dir gesehen, dachte ich kann's noch hätten! Nö, natürlich nicht! So! Oh! Sommerkind! Okay! Super, Alter! Micha! Uh! Tube! Oh nein! Oh nein! Überdrehter Tube! Verdammt! Oh, ich bin gegen den Tube! Bleib geknallt! Ah! Was, in der Tube bin ich... Scheiße! Wenn wir Pech haben, müssen wir uns in der Tube umdrehen, weil ich hab... Nein, das war nicht! Da geht's weiter! Dahinter ist eine andere Tube noch, wo du hin musst! Und da müssen wir uns umdrehen! Erstmal haben wir ein Micha! Ne, Micha hab ich eben geschafft! Ich hab mich eben in der Tube überdreht, verdammt! Achso! Okay! Wohin muss... Ist da ein Aussortierer oben drin? Ja! Okay! Oh, fuck! Oh, Alter! Wo ist der Aussortierer, Freunde? Wo ist der Aussortierer? Okay! Gehen wir auf die Höhe, Freunde! Oh! War das GameStory der Blaue da? Ja! Achso! Es wurde eine 20-Minuten-Stelle nicht ausgesprochen! Bin grad noch Festtoy dran! Nice! Wir sind momentan bei 6 Minuten! Das sieht also schon sehr gut aus! Ich weiß nicht, wie viele Punkte... Ich muss gleich mal gucken, wie viele Punkte wir noch haben! 7 von 9 hab ich! Oh! Okay! Das ist ja dann! Wow! Deswegen hab ich's aber angesprochen! Mich hat's beim Micha gerade überdreht! Auf dem Rückweg schär ich mir Micha auch sehr schwer vor, weil du aus dem Wallride rauskommst! Das ist das Problem! Ja! Hab ein bisschen Angst! Warum kann ich da auch... First Mal geschafft! Okay, das geht einfach! Wenn du unten anfährst, da geht ne Spirale nach unten! Okay, das ist wahrscheinlich Cheat bei der Punkt, so wie's aussieht, oder? Ne, da ist die Plattform drauf! Sehr schön gemacht, Daniel! Äh, oben ist ein Aussortierer, ja? Oh! Ist das ein dreckiger Bastard! Hallo! Vom Container! Alter! Aris, ich geb dir einen ehrenhaften Tipp! Wenn du Spirale am Ende nach unten fährst, du wirst gerade wirklich ein Container drauf! Ja, chichi! Genau mittig! So, ich bin wieder auf dem Rückweg zum ersten Mal! Du musst gerade gucken, wo die Ausfahrt überhaupt ist! Von unten anfahren auf jeden Fall! Ah, da ist die Ausfahrt! Oh! Scheiße! Das ist, äh, brutal! Das ist eigentlich kein Zwischenpunkt drin! Willst du mich verarschen?! Ich dachte, ne, aber kann auch Zwischenpunkte setzen! Oh! So, unten muss gerade wird, sagt der Anime, er ist ein Container! Ja! Richtig, Asi! Den hab ich richtig geahnt! Äh, alter! Speed! Ich bin Speed! Ich werde fast gegengeprallt, Aris! Und ich bin dagegen gebrannt! Nein! Oh! Junge! Verdammt! Also ganz ehrlich, Freunde, ne, so ne Challenge dürfte uns nicht geben, weil da neigen Anime und ich dazu, äh, zusammenzuarbeiten! Ja! Ein ganz komisches Phänomen, Freunde! Da sind wir wie Bibi und Tina! Auf eurem Haus und Sabrina! Auf eurem Haus und Sabrina! Entschuldigung! Ach so! Das musste jetzt sein! Hh! Selfcall übertrieben stay, synch! In der Aufflamme! Egal! So! Also! Da, Ne, O, hier steht mir gar einen Punkt gewünscht! Wait, was kommt der jetzt um? Okay, okay... Oh nein, A, Nein! Das fies ist, du musst ja alles am Stück mal teilweise neu auffahren und das ohne Zwischenpunkt. Neo, das ist, finde ich, böse. Wo bist du denn jetzt? Bist du bei mir? Ich fahre gerade eine Spirale nach oben. Ach, da bist du. Ich habe nur Angst, dass... Oh, fuck, 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 fuck. Oh, in der Tube? Okay, dann muss ich nach ganz oben fahren. Freunde, habe ich das gesehen. Also auf dieser Plattform hätte ich, tatsache, auch nochmal nach dem Sommerkind einen Zwischenpunkt gesetzt. Ja, aber wenn man ein bisschen fahren kann, ist es eigentlich relativ einfach aus. Ja, aber ich habe irgendwie heute Probleme mit Micha. Was ist da los? Hat Micha sich zufälligerweise mit dem Andrews Duschschaum eingerieben? Nee, da wird er ja so aussehen, Freunde. Ne? Also irgendwie? Warten wir langsamer werden. Ich habe Angst. Wo ist der Punkt? Wo ist der Punkt? Da unten, okay. Aber Freunde, für die Ares Aufnahme müssen wir gleich was da anhängen. Nee, ernsthaft? Weil, Freunde, da ist das Ziel. Ja, geiler Typ, Mann. Und deswegen kann ich sagen, ich will der Allerbeste sein, wie keiner vor mir war. Ah, moin. Na, nicht reinfahren, Sky, wir warten auf Ares. Ja, Aufnahme und so. Jetzt habe ich es voll die Probleme. Jonas Ares nimmt gerade auf. Und ich streame gerade. Genau. Und ich nehme auch dabei auf. Als Hinterhand. Er droppt raus. Das heißt, Freunde, wir fahren schon mal rein. Wer auch immer mehr, ich bin nicht, darf reinfahren. Haben wir noch was Kleines so voranhängen? Ja, ich suche mir das schon mal raus. Oh, hier ist, Freunde. Da ist Oventos. Oh, warte, ich muss mal Oventos. Hier, ich fahre mal kurz über dein Gesicht drüber. Und wir fahren ins Ziel. Ich auch. Vollkommen Disrespect. Ja. So, Leute, wir setzen an dieser Stelle natürlich einen kurzen Cut und sehen uns gleich zur zweiten Map. Bis gleich. Bis gleich. Jo, Freunde, und dann sind wir zurück zum zweiten und letzten Rennen des heutigen Tages. Ein schönes Gerät mit dem Furia. Ich bin mal gespannt, was uns da erwartet. Das thumbnail sah schon wieder ultra sexy aus. So, dass ihr Bescheid wisst. Erstmal. Jo. Das ist so nicht ganz korrekt. Ah, möchtest du mir jetzt damit weismachen, dass das thumbnail für dich scheiße aussah? Guck mal hinter uns, wie die da stehen teilweise an den Wänden. Ja, moin. Ja, schau, ne? Die haben erst mal... Äh, lol. Wie hat denn der das gemacht, dass... Ich wollte es sagen, aber man muss das gerade sein, oder? Hä? Ja, eigentlich, ja. Aris, wie ist hier nur einen Punkt in das Ziel? Das ist von mir hier doch nicht. What the fuck? Nur einen Punkt in das Ziel? Willst du mich verarschen? Was? One-Pointer! Oh Gott. Ja, ich seh's mal. Wo bist du denn die Typ da rein? Wow. Ja, Junge! Willi! Der Map-Mower hat doch einen Knall nicht gehört. Du bist im Busch? Ja. In einem Omnibusch. In einem Omnibusch. Alles klar! Kennst du den nächsten Film? Willkommen bei dem Stief. Ach du, meine Herren! Yo! Ja, quickam! Hoppala! Was zum Fick? Nein. Richtig geiles Ding! Oh, nee. Fahren Sie! Ach, nee. Hä? Habt schon wieder verkackt. Oh, fast mein Rufmann! Oh, wie geil! Warte, 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 bremst, bremst, bremst! Ja, ihr konntet jetzt hier, weil ich bin ja auch da. Ich lieg nur auf dem Rücken. Okay. Okay, ja, das war ein Rücken. Ich hatte recht, Aras, das ist jetzt nicht ganz direkt. Wir müssen an der dritten Map dranhängen. Wollen wir echt an den dritten dranhängen? Du bist jetzt nicht über 10 Minuten gekommen, würde ich behaupten. Da haben wir Pre-Intro und so, müssen 10 Minuten eins zusammengekranzt werden. Mir egal, entscheide dich. Komm, wir hängen an den dritten dran, scheiß drauf. Wir sind hier nicht Bimis Beauty Palace, ne? Ja. Ihr wisst Bescheid. Wir sehen uns an einem kurzen, ganz dritten Map, Alter. Bis gleich. Yo, Freunde, da sind wir jetzt zurück zum dritten und wirklich letzten Rennen des Sorting-Tages. Ein semi-automatic-Parcours. Viel Spaß, alter Schwede. Mann, 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 Mann. Ach, ja. So, ich bin mal gespannt. Skyward nimmt eigentlich geile Dinger, Marc. Ich bin mal gespannt, was er uns diesmal hier zusammengehauen hat. Ja, eigentlich schon, ne? Ach, du Scheiße. Ja. Erst der Checkpoint-Safe. Was, und? Oh, direkt der 2, wow! Was ist denn hier los? Speed. Ich bin Speed. Ja! Oh, fuck. Machst du das bitte jetzt mal? Ich bin schon mit, ich habe schon mit 18 Punkten eingesammelt. 16 oder so. Ja! Oh, lol. Das ist wirklich ein kleiner Trotter. Oh, es geht los, Freunde. Nur R2 drücken, aber ich bin... Ja! Loll. Abgeflogen. Ist richtig! Mich hat's überdreht. Ich habe einmal kurz gegengedenkt, Ars. Ich habe direkt gemerkt, dass es irgendwie... Ja! Ja! Was zum Henker! Aber man kann ja auch fahren! Was zum Henker! Was ist das denn? Hä? Alter Schwede, ey! Diese Speckseller, die sind doch übel! Ich wollte gerade Mods mit der Kante-Elbe schauen, aber... Drück gerade nur hier. Hä? 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 Okay, alles klar? Ah, shit. Da musst du mal lenken, ach? Nee! Du Schleid hast hier... Ihhh, ja! Nee, aber ich bin oben rausgeknallt. Ich bin rausgeflogen. Ja! Also, ich verlieg gerade die Orientierung, Freunde. Ja, okay. Jetzt ist es ein Wallreit. Okay, Freunde. Ein Wallreit. Führungsschiene? Ja. Hä? Loll! Ihhh! Nee! Nö! Absolut richtig! Nein! Ach, Bremse! Oh! Hier müssen wir ein bisschen lenken. Müsste Wallreit-Engine-Lenken. Mr. Gentlemen, jetzt lass ich mich sliden. Ja! Ist klar, Alter! Ja! Ist richtig. Ey! Mr. Gentlemen, wie immer zum Selberzocken, findet ihr alle Men's unten in der Videobeschreibung. Schake den Scheiß aus, Alter! Hallo! Nee! Nee! Das klappt doch auch nie ohne... Ey! Ich hab jetzt gedreht hier, deswegen... Das hat aber nicht funktioniert bei mir. Bei mir? Nein, das hat nicht funktioniert! Okay. Aber trotzdem, die Frage ist... Auch wenn es nicht alles klappt. Was hat der Sky geraucht? Äh, was? Ja, toll, jetzt hat es ihm wieder geflogen. Achso, nee. Man, hier Radio. Alter. Äh, was? Gar richtig, lol. Achso, die Bremse, okay. Ich bin links rausgesprungen in der Tube. Ja, wow. Sky, du bist doch Wahnsinn. Ja, ist absolut richtig, Sky. Kann man mal so machen. Lull. YouTube hat mich auszutauschen. Mich hat der Baum richtig geklappt. Ich wollte schon drücksetzen, Harron. Hä? Ey, Sky. Und deswegen hat er auch Troll mit dazu geschrieben, der gute Mann. Ja. Wir sind wieder on the street. Hallo. Ey, Junge. Ich bin jetzt von nichts drücksetzen. Oder es geht jetzt unten weiter. Manchmal beschwischt vor, wenn du einen Punkt eingesammelt hast. Hilf mal. Ja, da kommt noch was. Ja, nochmal da oben. Das hat bei mir nicht geklappt. Bei mir auch nicht. Das nach oben Stück hat mich zerlegt. Oh, ja. Also, das ist jetzt bei mir alles funktioniert. Uh, geil. Ey, Junge, der Sky ist doch wahnsinnig. Vom zweiten auf den achten. Cool, gefällt mir. Geil. Ey, was ist denn? Bei mir verletzt du dir nichts. Was? Ja, ich fliege gerade durch. Ja, ich fliege gerade durch. Ja, ja. Ja. Ich finde es ja fast falsch. Okay, bin doch richtig. Oder? Anime 250 hat die Pfeile gefunden. Geil. Wow. Jetzt, Alter. Ah, das sieht so ein bisschen aus. Aris 500 landet heute in der Pfanne. Das zwischen den Bäumen funktioniert auch nicht. Doch, der Baum hat dich ja in den Punkt reingeschlagen. Ja, aber jetzt liege ich am Dach und kann mich nicht mehr rühren. Da musst du respawnen einfach. Das muss ich auch mal an der Stelle. Ja, das mache ich schon die ganze Zeit. Bei mir funktioniert es hier so gut wie gar nichts. Schade. Einmal respawnen. Ich wollte mal mit der neue Karte. Ja, das ist alles ausgezimmert. Ja, bei mir hat der Bauch aus. Hi, Anime. Hi. Ich dachte ja, man hat mich verarscht. Dack, 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 dack. Das ist doch eine Punktverschwendung, Sky. Aber trotzdem wieder geil. Du, der ist vollgasse Looping rein. Boom. Wow. Doch Radio ausgemacht war. Komm, nach Radio. Ey, Junge. Der Sky hat sie doch nicht alle, was er hier baut. Mega. Alter, Aris. Allein diese Drehung hier. Darf ich wieder einmal gegengedenk, Freunde? Ich dachte erst, hä? Oh, diesmal hat sie mich hier aussortiert. Okay. Das ist, weil ich habe Auto kaputt gehabt, Freunde. Das kann natürlich passieren. Ja, ich habe meine Karre einmal respawned, bevor es wieder losging. Ja, war besser. Wegen Schadensmodell und so. Äh, du sie sauerst lecker. Ja, da stimme ich dir zu, René. Aber, wow, René, Alter. Und ClubyTV, einen wunderschönen guten Abend. Freut uns, dass du da bist. Wie geht's dir? Hallo, Cluby. Oh, Zucker. Oh, Zucker, hasse meh. Toyota. Weißt du eigentlich, wie die die Haut zu knusprig kriegen bei den Enten? Die stecken in den Strohahn, wenn auch schon blau ist in Luft drin. Ich stecke dir auch gleich mal in den Strohahn irgendwo. Oh, ich habe keinen Wetterbau überholt. Geilo. Nein, nicht dir. Du bist ja keine... Wirst du gegessen? Ab und zu gelutscht vielleicht, aber gegessen nicht. Wow. Lol. Alter, die sich dann hier, Freunde. Was ist das denn? Du bist halt auch immer so richtig rumgerät. Bist in ein großer Panzer, im Auto und du weiter geht's. Alter. Wahnsinn. Also, Sky, Wahnsinn. Mega. Auch hier diese Bremse. Du denkst, hä, du hast verkackt? Auf einmal bist du richtig drauf. Ja. Oh, nice. Was? Höflichkeiten, ihr kennt heutzutage keiner. Okay, jetzt hat der Slide auch funktioniert, aber ich musste ein bisschen liegen lenken. Aber er hat ja auch dazu geschrieben, Semi-Automaten. Ja, auch diese Bremsen. Allein, dass er diese Bremsen teilweise zum Drehen benutzt, das ist schon Wahnsinn. Äh, Wahnsinn, ja. Jetzt gibt dir René die an den Herzen, Aris, um sich zu entschuldigen. Dankeschön. Okay. Alles gut. Ich bin, Tatsache, bei sowas nicht sonderlich nachträgt. Da gibt's viel schlimmere Sachen. Diesmal hat es auch direkt funktioniert, Freunde. Huh, diesmal wusste ich ja, was passiert. Hallo, ihr knuddeligen Knudels. Na, danke dir, Kasimir. Hallo, Lion. Nein, aber... Kasimir? Kasimir. Ja, ja, Puff gemacht, Alter. Au, jetzt überreißen wir uns aber alle. Jetzt passiert dir dann mal was, was mir die ganze Zeit passiert ist. Mir egal, ich schlag den Mettberbau. Alles andere ist mir unwichtig. Ist so, ne? Absolut nebensächlich. Passt da. Ah, bitte grüßen, natürlich. Bitte grüßen, das finde ich gut. Hallo, Elias Breitenstein. Willkommen im Stream. Hi. Und willkommen in der Aufnahme. Ja, bei Engine in der Aufnahme und bei mir im Stream. Wobei, wir kommen auch in der Aufnahme, das ist ja ein Reservenmaterial. Fürs Weekend habe ich ein bisschen material sogar da. Jetzt hab ich mit Lex screen. Sogar sehr interessantes... Was? Hi, Aris! Hi! Mit Oventos. Willst du den Flug? Mit dreimal im Farahel. Woo! Oh, 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 oh. Hast sogar ziemlich coolen Stuff mit den lieben, die Kuh haben. Ah, jetzt hat es funktioniert. Oh, ich bin auf der Zeit vorgefahren. Geilo! Gigi! Ich bin letzter. Richtig verdient, was? Ja, ist so. Weil ich immer so gemein bin. Uh, in den Steuergarten. Nein, nein, nein. Ah, auf Winters. Auf Winters, denke ich immer, Freunde. Nur was fehlt, wenn ich ihn nicht hinten drin habe. Kannst reinfahren, ist nur unten rein. Warum bleibt Mephiks hier stehen? Oh, kürzt das jetzt so? Erster Platz richtig verdient! Zweiter Platz richtig verdient! Oh, Mann. Weiß er wieder dahin gibt's, Alter. Das gibt's so ne... In dem Fall nochmal, Mephiks, du weißt zwei Runden, das sind Silphan. Deswegen tut's mir leid, dass wir dich überholt haben. Alter, ich hab so gehofft, dass ich da noch reinkomm, ne? Ladies and Gentlemen, damit sind wir offiziell am Ende einer Episode angelangt. Wenn's euch gefallen hat, würden wir uns selbstverständlich über eine positive Bewertung freuen. Checkt unbedingt den Kanal des lieben Anime-Fans aus. Und beim Ätchen. Oh, yeah. Unten in der Videobeschreibung ist der Mann verlinkt, genauso wie die Maps. Auch auschecken. Echt geiler Scheiß heute. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und sage schön mit Dö und noch einen wunderschönen Tag. Ciao! Ciao, ciao! Tschüss. Ciao.